herzlich willkommen und zurück zu let's play ww mit unseren jäger auf der horde seite so wir haben die aufbau bekommen von den könig das schiff zu befreien von den verrätern so hier das schiff geht es da hinten okay kommen wir da eigentlich an bord irgendwas gesagt so hat gar nichts gesehen aber ich habe kein zeit noch mal auf ich weiß gar nicht wie wir da an bord kommen sollen so dass dahinten eine wasserfontäne das sind was da hinten ist ihr das was das ist wie man auf das schiff kommt wie kommt man auf das schiff das ist ein schatz kommt den holen wir uns mal den holen wir uns mal dann müssen wir gedanken uns gedanken machen wie wir auf das schiff kommen da unten ist der schatz eine erleuchtete kiste kiste kriegsvorräten oder mich jetzt mal gespannt und weg ist er oh man da war da bestimmt gerade noch einer vorher ach Mist 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 toll Sternmopp ist auch nicht immer da ich sagte da war bestimmt gerade einer und hat das vorher noch gemacht ist wieder da gut diesmal ist es unsere die holen wir uns die zeit nehmen wir uns jetzt gucken wir mal ob wir sie wirklich kriegen dann ab zum schiff weiß gar nicht wie wir auf das schiff kommen warum ist sie denn schon wieder weg sind das für eine verarsche oder gehe ich jedes mal in eine andere zone jetzt ist es mir egal warte mal können wir nicht eigentlich jetzt kann man nicht überall benutzen egal wir probieren jetzt erstmal hier aufzukommen das ist wichtiger so ihr habt ja gesehen ich hab's versucht so wie kommen wir hier jetzt auf hm von unten ins schiff rein ne auch nicht wie kommen wir auf das schiff wie kommen wir auf das schiff hm oder hätte der uns dahin geflogen oder hätte der uns dahin geflogen wie kommen wir auf das schiff wie kommen wir auf das schiff wie kommen wir auf das schiff ich brauche ein ziel ah da ist eine leiter da ist eine leiter ich war schon kurz davor wieder zurück zu laufen um diesen komischen vogel anzusprechen keine leiter ein seil ok ok hier kommen wir so nicht durch so jetzt sind wir schon mal hier drauf das ist nicht so sei so und unser tier also gut tot gesehen sie erst mal hier alles auf dem schiff ist was er gesehen hat wir haben uns auch holen da ich den blicken da hinten ich möchte erst etwas anvisieren machen wir hier ich brauche ein ziel so hat gar nichts gesehen er zählt doch nicht immer so viel ich muss zuerst etwas anvisieren was müssen wir eigentlich machen die töten den schädel ein paar sachen sagen wir müssen so genau ich habe kein was er gesehen hat dicken leichter hinten an ich brauche ein ziel sehr schön mit tier na komm angriff er wird ja wohl nicht so stark so eine dicke der haut auch ein bisschen gut rein wir sind hier mal glatt heilen Entschuldigung Entschuldigung so guter k der attack zu ok bringt ja auch nix kollege ich habe kein ziel schön ein paar sachen bekommen so dann werden wir mal das wird oben angezeigt gut dann gehen wir erstmal nach oben hier ist bestimmt was reicht doch ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel bestimmt was einsammeln oder wenn ich hier nicht ok ok ich muss zuerst etwas anvisieren ok das ist unten dann gehen wir halt runter so rastakans herrschaft ist vorbei 3 so ist zeit ist gekommen ihr merkt schon dass wir das schrift gerade ich muss zuerst etwas anvisieren so dann geht es weiter nach unten ich brauche ein ziel ne was ist denn los mit dir lass mich doch in ruhe ich habe kein ziel so noch ein zweiter runter ich diese schrift so dass die mannschaftsquartier durchsucht ach wie muss man mal durchsuchen das sind einfach viel gut ich brauche ein ziel hier mal heilen ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren eure zeit wird kommen so die mannschaftsquartier durchsuchen das habe ich doch eure zeit wird kommen das geht ja noch weiter runter dann weiß ich auch wohl letztes mal die kiste war ich hole mal runter ich habe kein ziel so was brauchen wir noch schädel von windrufer finden wir den hier ist auf jeden fall nix hier war es auch nicht ein einzelner gegner ein bisschen kämpfen übt der uns jetzt angreift ich muss zuerst etwas anwesieren noch mal wieder hoch dann werden wir mal wieder hoch und gucken wo sich dieser komische schädel befindet oder dieser komische typ hinten vielleicht einer vielleicht ist er auch ganz oben als kapitän der ist ganz oben so zack mal komm her ja dann wollte ich jetzt auch noch besiegen muss man hier das verlaufen ich brauche ein ziel so schön dass sie wieder da bist hier zum beispiel die erste tanz macht ist mein jetzt blase ich euch die lichter aus ist gar kein was aus das hört sich echt pervers an ich weiß du bläst gar kein wasser aus schuss schuss ich habe kein wenig das ende das mehr versprochen worte dann können wir gehen wir gucken wir mal wenn wir hier runter springen kommen wir hier rüber doch doch aber das licht ist weg okay da nicht dann gehen wir halt nur die aufgaben ab haben wir das schiff von könig befreit wahrscheinlich haben sie ihn hier mit in sicherheit gebracht mit diesem schiff das ist auch echt geil also da kann sich unsere horde oder mal die allianz mal so ein bisschen was von absteigen das sieht echt geil aus mit dem t-rex kopf vorne das ist schon hammer das ist auch glatt mal ein foto wert so und zack so und auf geht's wollen wir noch mal schnell die drei aufgaben abgeben komm du grafst uns bestimmt sowieso an schwimmen 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 so machen wir mal gucken was unser könig gleich sagt da ist er ja der gute ihr steht vor könig rastakhan weiß ich doch könig rastakhan so gucken wir mal also schlechter ja gut das nehmen wir mal mit uh sogar aufgewertet ja das ah komm sieh mal an scheiß haus auf das set so trefft euch mit könig aus einem tempel von aus sander lag für immer dieser schlange so aber damit sage ich euch bis zum nächsten mal schreit auf suhls frevel kennt keine grenzen solani meine klinge wir müssen den tempel verteidigen los ok jetzt können wir der könig reitet ab er will den tempel verteidigen wir werden ihn gleich folgen ich danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge bei bürger im lp auf wiedersehen und tschüss